Wie versprochen kommt hier das Update. Heute ist der 31. Tag. Also entweder heute Abend oder morgen Abend sollten die Babys kommen. Ich versuche die hier so ein bisschen zu fühlen, ob das irgendwie spürbar ist. Vielleicht mal das Nestzeilen, das sie gebaut hat. Heute hat sie das so zusammengeschoben. Normalerweise war gestern hier, habt ihr ja auch schon ein kleines Update gesehen, war das noch vollkommen in Ordnung. Guck mal hier, habt ihr auch schon ein paar Haare rausgerissen. Letztlich Streu und Pro hier in die Haare reingepackt. Guck mal hier. Tschüss. Genauso für den wichtigsten Stimmen. Guck mal hier. Guck mal hier in der Haare sauber, oder? Guck mal hier? Guck mal hier? Guck mal hier. Guck mal hier? Guck mal hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, und die andere Mutter. Das ist sie hier. Ein deutscher Riese. In Weiß. Auch sie, Entschuldigung. Er hat hier auch schon ordentlich Strom. Aber sie hat noch gar nichts gebaut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gar nichts. Vielleicht kommt das noch weiter. Ich hab ja heute extra ein bisschen Stroh hier reingepackt. Das war's für heute. 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 Das ist der Daddy sozusagen. Der Daddy aller Kaninchen hier bei mir. Da sind noch ein paar Nachwuchs, ein paar Nachwuchs Daddies sozusagen. Aber er hier ist zur Zeit der, der sich um alles zu kümmern muss. Ich hoffe bald, wird er hier auch soweit sein. Er hier ist auch ein ganz schicker hier. Er wird hier braun. Er ist hier horanger. Um die Schnauze herum ist auch horanger. Hier hinten ist auch dieser Strich in seiner schicken Farbe. Und bald ist er auch soweit. Da kann er sich auch mal austoben. Mal gucken. Ich bin gespannt er. In Kombination mit ihr. Das wird bestimmt was Interessantes da rauskommen. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob heute alles soweit funktionieren wird. Ob heute oder morgen die Kinder kommt. Normalerweise morgen Abend. нач Corneln bocks. Das sind die Schrauben. Die Schrauben schauen an. Die Schrauben nehmen uns dann ein schnelles hånd. Inc inj необходимо zu drehen pc vor clip oder drehen zu machen. Ich beginne Die Schrauben erst auf einer Zeit Vielen Dank.